In dieser Klasse werden wir uns ansehen, wie eine Standarddatei zu erstellen, die bereits konfigurierte Ressourcen wie Ebenen, Blattlegende und Drucken enthält. Wenn die Datei in dieser Klasse geöffnet ist, fangen wir an. Zunächst sollten wir überprüfen, ob alle Lea korrekt konfiguriert sind und dass alle Attribute in der Legende erstellt und richtig positioniert sind. In diesem Fall müssen wir immer noch den Beschriftungsblock erstellen, also wählen und aktivieren wir den Befehl Block erstellen. In dem sich öffnenden Feld setzen wir den Blocknamen auf A4 Legende und den Basispunkt in der linken unteren Ecke. Wir bestätigen das Feld, um den Block zu erstellen und Bearbeitungsattribute abzubrechen. Gehen wir nun zur Layout-Umgebung, um Blattgröße zu konfigurieren, Beschriftung einzufügen und den Drucker zu konfigurieren. Mit der aktiven Umgebung klicken wir mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte und wählen im sich öffnenden Menü die Option Page Setup Manager aus. In dem sich öffnenden Feld wählen wir die Umgebung aus und klicken auf Ändern. Jetzt ändern wir den Drucker, indem wir das gewünschte Modell auswählen. Dann definieren wir in diesem Feld das A4 Format und die Hochformatausrichtung. Wir klicken auf OK, um die Konfiguration zu bestätigen. Wenn wir zur Umgebung Layout zurückkehren, fügen wir den Block mit der Legende auf diesem Blatt ein. Wir beenden diesen Schritt, indem wir ein Viewport oder Vorschaufeld einfügen. Dazu geben wir Viewport ein und bestätigen mit einem Enter. In dem sich öffnenden Feld wählen wir aus dieser Liste das Einfügen eines einzelnen Vorschaufeldes aus und bestätigen es. Jetzt verfolgen wir das Vorschaufeld innerhalb der Ränder des Blattes, siehe. Mit allem konfiguriert, werden wir die Template-Datei erstellen, die in allen Projekten verwendet werden kann, die in AutoCAD entwickelt wurden. Dazu klicken wir auf die Anwendungsschaltfläche und in Speichern untersehen wir die Optionen, auf die durch den Pfeil zugegriffen wird. Im sich öffnenden Menü wählen wir die Option Zeichnungsvorlage. In dem sich öffnenden Feld definieren wir den Standard-Dateinamen, der hier Projekte sein wird, und speichern, ohne weitere Änderungen im Dialog fit vorzunehmen. In Ordnung, jetzt können wir diese Datei verwenden, um unsere Projekte zu erstellen. Und so haben wir unsere Klasse beendet, wo wir eine Datei einrichten und speichern, die als Standard in AutoCAD verwendet werden soll. Und so haben wir unsere Klasse beendet, wo wir unsere Klasse beendet haben. Also müssen wir unsere Klasse beendet haben, wo wir unsere Klasse beendet haben. Es sind die Gher están und will sich öffnenden tyle, bisher B poured auf die Klasse beendete es